Wie du eine Frau einfach und effizient auf ein spontanes Date bringen kannst. Herzlich Willkommen, ich bin Don John, Flirttrainer und Datingcoach und in diesem Video geht es darum, wie du Frauen, die du angesprochen hast und kurz mit denen interagiert hast, sicher auf ein spontanes Date bringen kannst. Es sind dazu mehrere Schritte nötig. Kurz nochmal zusammengefasst, warum solltest du überhaupt mit Frauen auf ein spontanes Date gehen? Wenn du die Zeit hast und die Frau auch ein bisschen Zeit, dann ist es das Beste, was du tun kannst, um die Absprungrate vom Ansprechen bis zum Date zu verringern. Denn eine fremde Frau, die du ansprichst, ist ein bisschen überfordert und wenn du jetzt ein 2-3-minütiges Gespräch mit ihr geführt hast und dann Nummern austauscht, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie da wieder absagt, weil sie dich noch nicht so gut kennt. Wohingegen, wenn du mit ihr auf ein spontanes Date gehst, sie dir mehr vertraut, dich besser kennenlernen und auch ein bisschen mehr Zeit in dich investiert. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach dem Ansprechen auch 2-3 Tage später zu diesem Date erscheinen wird. Also mach das. Im Endeffekt, wenn du mit der Frau sprichst, die Nummer ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck, um dann noch ein bisschen mehr Zeit mit ihr zu verbringen, dann kannst du auch gleich mit ihr mehr Zeit verbringen. Und wenn das kleine, spontane Date gut geht, was um die 15 Minuten gehen sollte und du Zeit hast und sie Zeit hat, dann kannst du gleich mit ihr noch in die Nähe deiner Wohnung gehen, wo eine sehr tolle Bar ist. Du sagst natürlich nicht, dass du da wohnst. Du sagst, hey, ich würde dir noch gerne eine schöne, nette Bar zeigen. Lass uns einfach da hingehen und dann hast du sie näher bei deiner Wohnung, hast du noch ein bisschen mehr Zeit verbracht und kannst sie direkt mit nach Hause nehmen. Also es macht gar keinen Sinn, eine Frau nach der anderen anzusprechen, eine Nummer nach der anderen einzusacken, sondern du machst das Ganze ja so oder so deshalb, damit du dann mehr Zeit mit den Frauen verbringen kannst. Und wenn du das sowieso gleich machen kannst, dann solltest du es auch tun. Aber das nur am Rande. Jetzt will ich dir kurz die Struktur geben, wie du eine Frau sicher auf ein spontanes Date bringen kannst. Das machst du wie folgt. Du sagst, hey, weißt du was, du bist nicht nur hübsch, sondern auch sympathisch. Ich wollte gerade eh einen Tee trinken gehen. Ich lade dich einfach ein. Zwei Minuten auf den Tee, da drüben, let's go. So, was haben wir hier gemacht? Erstmal nonverbal. Du siehst, ich habe ein kleines Lächeln aufgesetzt. Ich bin sehr ruhig und sehr entspannt, während ich das sage. Viele Jungs haben das Problem, wenn sie auf die Nummer gehen oder auf das spontane Date oder wenn sie jetzt zu Hause auf den Kuss gehen, dass sie dann unsicher werden. Und diese Unsicherheit überträgt sie auf die Frau. Hab keine Angst, dass die Frau nicht mitgehen möchte auf ein spontanes Date. Das ist kein Weltuntergang. Du kannst jederzeit neue Frauen ansprechen und kennenlernen. Und auch wenn die jetzt diese Frau nicht mit ihr auf ein spontanes Date gehen möchte, heißt das ja nicht, dass du ein Date ausmachen kannst oder immer noch die Nummer holst und sie später, wenn sie mehr Zeit hat, dann treffen kannst. Also es gibt gar nichts, was du zu verlieren hast. Diese Unsicherheit, die du nämlich dann an den Tag legst, wenn es jetzt darum geht, von ihr etwas einzufordern, die Nummer zu bekommen oder mit ihr auf ein spontanes Date zu gehen, das überträgt sich dann auf die Frau. Die Frau wird dann in dem Moment auch etwas stutzig oder nervös oder unsicher, weil sie dann denken, warum wird er jetzt selbst ein bisschen unsicher? Was hat er zu verstecken? Und das ist natürlich Gift für eine kleine Interaktion mit einer fremden Person, wo das Vertrauen eh noch nicht so groß ist. Das heißt, schau, dass du sehr ruhig und entspannt redest und so ein kleines Lächeln auf den Lippen aufsetzt. Zweitens jetzt die Struktur. Zum einen, du nennst den Grund, warum du jetzt überhaupt mehr Zeit mit dir verbringen möchtest, weil sie nämlich nicht nur hübsch, sondern auch sympathisch ist. Zweite Sache, du lässt es etwas beiläufig erscheinen, indem du sagst, du wolltest eh gerade einen Tee trinken gehen, sodass sie sich nicht so unter Druck gesetzt fühlt. Drittens, du baust eine künstliche Zeitverknappung ein. Zwei Minuten, dabei wird es in der Regel nicht bleiben, aber das hört sich natürlich etwas unverbindlicher an, wenn du sagst zwei Minuten anstatt gleich eine halbe Stunde. Und wenn du das sagst, du wirst merken, selbst Frauen, die gar keine Zeit haben, die sagen, ich muss gleich weiter, ich muss noch die Bahn erwischen oder meine Freundin, die treffe ich in fünf Minuten. Wenn du das so sagst, dann wird sie trotzdem mitkommen, habe ich auch schon oft erlebt und die haben dann sogar schon ihre Freundinnen sitzen lassen oder einfach vergessen, weil du das einfach so geschickt rübergebracht hast und die dann selbst die Zeit vergessen hat, obwohl du am Anfang gesagt hast, nur zwei Minuten. Viertens, du sagst dort drüben und zeigst auch in die Richtung. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Mann, der nicht weiß, wo er mit der Frau hin möchte, wenn die Frau eh noch ein bisschen unsicher ist. Wenn du dann aber diese Selbstsicherheit ausstrahlst und sagst, da drüben, selbst wenn du da noch nie warst und keine Ahnung hast, wo das nächste Café ist, dann wird schon ein Café kommen. Und wichtig ist erstmal, dass du die Frau dazu bewegst, dass sie mit dir woanders hingeht und in den nächsten ein Kilometer, bin ich mehr sicher, findest du ein kleines Café oder McDonalds oder sonst was, wo du dich mit ihr reinsetzen kannst. Und der letzte und entscheidende Schritt ist, dass du jetzt nicht auf die Erlaubnis wartest, sondern schon wie selbstverständlich deine Füße in die Richtung bewegst, wo du sie hinhaben möchtest. Und wenn dir dann noch ein bisschen zögerlich ist, kannst du noch so einen Wink machen mit der Hand, sagst, na komm, sind nur zwei Minuten, künstliche Zeitverknappung kannst auch nochmal wiederholen und dann funktioniert es viel besser, als wenn du jetzt einfach diese Sachen so sagst, das wie eine Statement aussehen lässt, aber das doch wie eine Frage rüberkommt, weil du einfach auf ihre Reaktion wartest. Also warte nicht groß auf ihre Reaktion, geh davon aus, dass sie sowieso mitgehen wird und indem du deine Füße in die Richtung bewegst, Richtung Café und dann nochmal so einen Wink machst, dann wird sie in der Regel mitkommen. Es gibt eigentlich nur zwei Gründe, warum eine Frau dann doch nicht mitkommt. Zum einen, sie hat wirklich null Zeit, also sie muss jetzt sofort den nächsten Bus erwischen, sonst kommt sie zu spät zum Bewerbungsgespräch. Und die zweite Sache ist, sie ist noch nicht 100% von dir überzeugt. Das heißt, du hast den Fisch zwar in der Nähe des Köders, aber der hat noch nicht Angewissen und du ziehst die Angel raus, der Fisch erschrickt und ist dann weg. Das heißt, schau, dass du das spontane Date, also den Vorschlag immer dann bringst, wenn sie anfangen Gegenfragen zu stellen, wenn sie dich anschaut, wenn du merkst, da ist Interesse da und sie möchte sich mit ihr unterhalten, stellt interessiert Gegenfragen. Das sind immer starke Zeichen, das sollte so nach zwei bis fünf Minuten der Fall sein. Und wenn das der Fall ist, dann brauchst du jetzt nicht noch an Ort und Stelle eine halbe Stunde Zeit verbringen, sondern kannst du sie gleich auf ein spontanes Date einladen. In diesem Sinne, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere die Glocke unten rechts, damit du auch kein neues Video von mir verpasst. Und wenn du Hilfe brauchst bei der Umsetzung, weil du merkst, hey, jetzt habe ich schon so viel Theorie, aber ich komme einfach nicht in die Umsetzung, ich habe Blockaden, ich schaffe es einfach nicht locker, auf fremde Frauen zuzugehen, mit denen normale Gespräche zu führen und diese zu verführen, wenn du da Probleme hast oder selbst wenn du schon die ansprichst, aber es kommen zu wenige Dates zustande oder es ergibt sich einfach nichts Richtiges, dann ist jetzt deine Möglichkeit, dich für die kostenlose Beratungssession zu bewerben, entweder unter dem Video, in der Videolinkbeschreibung oder oben links bei dem i. Da kannst du dich bewerben, dann werden wir uns deine Bewerbung durcharbeiten und innerhalb von sieben Tagen bei dir melden und dir Schritt für Schritt aufzeigen, wie auch du erfolgreicher mit Frauen werden kannst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.